Der Konkurrenzdruck unter nahegelegenen Lohnunternehmern ist häufig sehr groß. Anders bei den Lohnbetrieben Raif und Fonk Agrarservice. Romain Fonk hat schon während seines Studiums bei Raif ausgeholfen und hat die Zusammenarbeit auch nach der Gründung seines eigenen Lohnunternehmens nicht abgebrochen. Beide Betriebe ergänzen sich bei der Grünland-Erntetechnik, Transportfahrzeugen und der Gülletechnik. Raif und Fonk können so ihren Kunden ein komplettes Dienstleistungsprogramm anbieten und gemeinsam noch schlagkräftiger agieren. Romain Fonk bekam nach seinem Studium die Gelegenheit, ein kleines Lohnunternehmen in Belgien zu übernehmen. Gemeinsam mit Jeff Raif ging er die Sache an und gründete gleichzeitig sein eigenes Unternehmen. Fonk arbeitet derzeit mit vier Traktoren zwischen 200 und 390 PS in der Grenzregion zwischen Deutschland, Belgien und Luxemburg. Ein wichtiges Aufgabengebiet für Fonk sind die Mäharbeiten. Mit drei Großflächenmähwerken mit Aufbereitern mit bis zu 10 Meter Arbeitsbreite mäht der Betrieb etwa 4000 Hektar Fläche im Jahr. Für das Mähen von Grünroggen oder Tritikale stehen zwei Schmetterlingsmähwerke mit Schwadbändern aus dem Hause Krone zur Verfügung. Die Schwadzusammenführung ist ebenso bei Einsätzen im Grünland interessant, da das Erntegut weniger Bodenkontakt hat und so Futterverschmutzungen vermieden werden können. Zudem kann durch den Einsatz der Schwadzusammenlegung die Leistung von Schwadern und nachlaufenden Erntemaschinen deutlich gesteigert werden. Für die Gülleausbringung bei Milchviehbetrieben und Biogasanlagen in der Region stehen fünf Güllefässer zwischen 11.000 und 26.000 Liter Füllvolumen bereit. Auch in diesem Dienstleistungsbereich arbeitet Fonk Agrarservice sehr eng mit dem Lohnunternehmen Reif zusammen. Denn auch wenn deren Holmaterra-Variant stark nachgefragt ist, benötigt nicht jeder Kunde gleich eine komplette Güllekolonne. Besonders für kleiner strukturierte Betriebe sind die klassischen Ausbringfässer weiterhin interessant. Die Tandem- und Tridemfässer vom Betrieb Fonk können jedoch ebenfalls als Zubringer für den Terra-Variant genutzt werden. Für die Saison 2016 ist die Anschaffung eines weiteren Güllewagens mit Drehkolbenpumpe und Schleppschuhverteiler geplant. Transportarbeiten gehören seit der Gründung vor sieben Jahren zu den Dienstleistungen, die Roma Fonk seinen Kunden anbietet. Die bis zu 56 Kubikmeter großen Anhänger kommen vor allem bei der Gras- oder Maisernte zum Einsatz. Neben der Häcksel-Silage kann Fonk mit seinem neuen Kaweco Pullbox Tridem-Anhänger sämtliche in der Land- und Forstwirtschaft anfallenden Schüttgüter transportieren. Ob Kalk, Mist oder Getreide, in nur 45 Sekunden kann jede Fracht per Rollband entladen werden. Sogar Paletten oder Quaderballen lassen sich befördern. Der Transport von Futtermitteln verhilft dem kleinen Lohnunternehmen auch in den Wintermonaten zu Aufträgen. Durch ein ausgeklügeltes Abdecksystem lässt sich die Ladung vor Nässe schützen. Dadurch kann der Wagen bei jeder Witterung sehr vielfältig eingesetzt werden. Dass man zusammen mehr erreichen kann als gegeneinander, das beweisen die Betriebe Fonk und Reif. Klare Kommunikation und faire Verhaltensweisen sind für die beiden Betriebsleiter die Basis des gemeinsamen Handelns. Fonk Agrarservice und das Lohnunternehmen Reif. Eine starke Partnerschaft für starke Dienstleistungen.